und herzlichen willkommen zu der einen Part Nr. 16 mit der Karte wir müssen irgendwo hier lang gehen zur Pumpstation und da waren... im letzten Part waren da grünen Zombies? jaaa nicht der da 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 hinten echt jetzt ohne Scheiß der grün das ist aber schwarz siehst du grüner Quali bestinken eeeh auch nö, wir haben einen Schick worauf ich nicht die Sitzung ja, ich hau dir mal du bist auch gegangen Partie hat die Leute zu verlassen du hast die Leute zu verlassen, leider nicht du hast die Leute zu verlassen schickst du mir meine Einladung bitte äh, ich hab keine Einladung gekriegt nein, schick du mir mal eine Bitte ja, warte, ich muss gerade so gegen Qualm mit Zombies gingen, die rauchen so komisch brrrr ich muss mich zu besiegen okay, ich mach schon Freunde zensieren da geh ich kaputt oh, jetzt okay, 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 warte ich hab gar nicht aufgehauen Florian BURR SPLATES Naz nie nicht nie I'm out of the hole ! PREFORM Went You Komplett, bleib IN Sag mal, so ist gerade fertig Naa ist er fuckt wieder leiser BLEBLEBBLEBLEBBLEBBREBLEBBLEBLEB Neneene Mäh Mäh So Ich seh die Kati nicht Kati! 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 Dann blindert schnell diese Häuser alle Abbie Na ja ja Oh, ist bisschen wie der Letz, der will mich verraschen Keine Ahnung, oder? Bei dir hast du ja eigentlich noch mal, der zu Ich geh nicht weg, der hat verrückt, ey. Ach toll, der hat gestorben, ey. Ach, hier sind neue Zombies. Wo kommen die denn her? Achso, weil du bestimmt gejoint bist, kommen neue Zombies nochmal. Ey, die Ausdauer, die ist so schnell gefickt, ey. Das gibt's ja nicht. Ajoa. Ey, wie küsst du das Alkohol? Oh, Mann. Oh, die Ausdauer, die muss das auch möglich sein. Die wollen mich fressen. Ich kann dir helfen. Ich muss eine Waffe auswählen. Alter, trinkert Alkohol, die doofe Kuh. Hier ist eine Marete, hier ist eine Marete. Meine Marete, Bozi. Ich seh nichts. Ich bin betrunken. Hier. Ich bin betrunken, ich kann nichts sehen. Ja, neben mir, ja. Achso. Wieso, was ist los? Hä? Wieso lieg ich jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich bin betrunken. Ach. Kratsch. Fuck, sie ist wieder weg. Wir haben ein Problem. Stimmt's? Yeah. Connection lost. Yeah. Okay. 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 und herzlich willkommen zu Dead Island wieder zurück ich habe die Karte gefunden die war in der World Wide Web verloren gegangen ja ich glaube ihre Telekom hat Probleme gemacht bisschen und da war sie erst mal weg und dann mussten ja die Böse Telekom mag mich nicht warum haben wir denn die Quest da oben ich meine ich hab nichts gemacht keine Ahnung Krummstation kann mich nicht erinnern betrunkene Opfer sprich mit Mutter Helium hä oh diese Musik so mit Mutter Helium sprechen ja Mutti Sprüge wir haben ja eigentlich eine Quest weiter rum ja das ist die Pumpstation ja ok ich hab einfach die Quest abgebrochen ne 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 ich hab gar nicht gemacht dass du da oben an der Sitzung raus da stand da noch in der Aufnahme dass du aus der Sitzung rausgegangen bist äh egal nimm das hier mal mit eben auch die Stimme beenden so das ist ja langsam schnarch ja schmeißt das Ding nach mir ja das ist dann schneller guck mal da komm ich schneller voran oh wie weit er die Dinger werfen kann jetzt so bin ich ab also ich könnte nicht so ein Teil um so rumwerfen so ein paar Meter okay ein paar Meter schon aber nicht so sie zu total weiter auf dem Punkt da hinten sind Zombies da kommen die aus einem Loch wenn sie doch kommen ne hab nur ein Fassel auch gut gehen wieder zurück und dann dahin wo die Stinklitz haben nicht kommen wieder alles weg da kann man rein nein da nehm wow ich hab nicht gebraucht als er ist bist du tot? äh ja kann ich theoretisch heilen wenn ich schneller gewesen wäre bist du aber nicht hab Kati umgebracht du hast Schnecke gespielt Au bau 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 Küchenmesser ist mit Kärnanin nein 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 meinen meinen mögen Meins HALO 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 AUAA CREP φ COPSICH ich bin auszuhebelge das aber ich brauche auch energy drink kaputt gibt es doch stimmung zu essen essen den kürbis gerne ich lege hier in aller ruh jetzt auf ich denke kommen oder nee So ein Fettsack. Oh. Great on! Boom! Aua. Great, war das! Das ging ja schnell vorbei. Du hast auch die Raser-Eiern angemacht, oder was? Ja. 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 Mich hat er einfach umgehauen. Ich habe hier die Raser-Eiern angemacht. Kommt noch da. Hallo, hallo, ich bin noch vor sich. Aua. Hör mir. Ei, ei, ei. Komm hier nicht hoch. Oh, nee. Ich bin nicht zum Essen da. Na klar. Und noch zum Anbraten und yeah. Nee, nee, ich kann mal mit der Raser-Eiern auch nicht. Ich komme da hoch. Okay, dann war da hoch. Ja. Sieht nach nichts aus. So, hier ist irgendwo ein Schock. Ich habe einen Ziegelstein gefunden, den ich hier auf den Kopf werfen. Toll. Aua. Was ist denn die Ziegelsteine hier? Oder die Kiste? Erst mal runterschmeißen. Hey, die kommen, die kommen. Und die wollen den Ziegelstein essen. Wo kommen die denn hoch? Können die hoch? Können die klettern? Nein. Juhu. Wollen wir mal hinterher, das ist so cool. Hinter dir ist auch noch einer. Wollen wir mal hinterher wieder? Ey, das ist voll ausgewichtiger Junge. Dam, dam, da, dam. Wollen wir mal hinterher? Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass du heute, äh, jetzt ein bisschen leiser bist. Du musst sie auch bei TS lauter stellen. Äh. Was geht denn automatisch leiser, ne? Ich habe dich eigentlich auf Plus hingestellt, ähm. Moment, Moment. Seit allem macht dir immer den Gesprächspatter leiser. Oder so. In der Art. Jo. Besser. Bin und die Wix. Oh. Du willst Zeitpunkt? Äh. Das da sieht nicht gut aus. Oh, die rennen, rennen. Und um die Götung fällt. Oh, je, ne Maske. Hannibal. Ey, das ist Michael Myers. Und dann kommt auch noch die Schaummaske. Ja, mit dem Dreirad. War doch, oder einfach geile. Oh, das ist eine Quest. Baun. Was sind der Polizärwachen-Punk? Da kommt ein Bum-Bum. Da kommt ein Bum-Bum. Ich habe nicht genug Energie. Nein. Der wird sterben. Warte. Oh. Warte, warte, warte. Komm, ich weiß, du meinst. Na, habe ich nicht. Äh, egal. Und sie geht einfach alleine, oder? Ja. Da kommen wir gar nicht hin, ne? Komm, uns rein, ne? Also sieht nicht so aus. Ammerst du geht nicht auf, oder? Ja, aber da brauchst du so rufen. Oh, wieder ein Plan. Ach, das ist ein Plan. Glühende Klinge. Oh. Was kommt denn da rein? Hui. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ja, ich habe hier irgendwie Angst. Äh. Man kann ja nicht. Spire. Ach, ja. Ach, bin ich schlau. Ach, das, äh, ich dachte, das ist DHL. DHL ist auch hier. War hier. Hallo, Fressi. Sie ist jünger. Und knackiger. Yo. Und nicht zu behaart. Dietrich, jaja. Der Zombie wird nie wieder aussehen. Oh, wie schön. Ich sehe nur drei Zombies bis jetzt. What the hell? Tschüss. Oh, guck mal, da war der Hahn auf. Der soll er ein aufhaben. Ich guck den trotzdem um. Warum noch was? Die hat neckig. Noch was zum, ja. Achso, 19. Ah, ok. Ja. No, voll oder ist er reset wieder. Ich meiste mittlerweile die Waffen, die so unnütig sind, weg einfach. Oh, die sind ja schwächer und so. Hier ist er, ja. Und der Holzbrett, das macht ja gar nichts. Ich kann so 20 Mal draufschlagen. No. Ausdauer. Hallo. Hallo. Ist er tot? Hallo. Hallo, Kanada. Hallo, Kanada. So sehr, ja. Aber ich müsse ja hier mehr Zombies sein. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, dass alle so zusammengefärbt sind. Ach du Scheiße. Oh Gott, da kommt einer von da oben. Oh, da wilde Zombie. Aua. Ah, ihr stinkt, ey. Brauchst du Leben? Hier, Snack. Snack, die Snack. Wo ist Leben? Snack? Da, ja, ja, ja. Oh, Snacks. Und da brannt es. Na, ich muss jetzt den rein. Nö. Wo, wo? Oh, verdammt. Geil ich? Denn qualm denn was? Ah, boah, gut, scheiße. Yay! Komm und sie kommen, rennen weg. Money and der. Dick. Wie ist das? Ich muss mich aufhören. Ich muss mich aufhören. Bitte, meine Halt, Bruder. Mein Mann, das ist mein Bassball. Mein Mann, das ist mir... Oh, ich weiß. aus da war los wir haben jetzt so unterleute wochen bitte waffen halt wo ist das ding da? ich hab mich nicht an das aber ist das kein Blut ich hab mich nicht an die Ich hab mich nicht an die daraus ist das auch nur über ein auto man kann mit gar kein fahren ich glaube wenn er mir die prex wäre block sie irgendwie lass mich verrecken oh hallo zambi er lebt noch er lebt nicht mehr so ich muss auf fähigkeitspunkt auswählen hört sich noch gut an ist egal dann gehen wir mal auf den kampf im nächsten mal da lang ja ich zeig dir mit mir nicht an ach so hier geht es weiter ich dachte hier ist das ende ich glaube ich klingelt irgendwann glaube ich die schutzwarten weil hier sind ja noch polizei punkte aber wir sind da scheiße wir sind da totenköpfe und wo sind die totenköpfe ach du scheiße die haben wir angeschossen ich bin ja wir haben ja keine waffen also keine schusswaffen ich habe gesehen schusswaffen sind effizient gegen menschliche gegner müssen das taktisch angehen wir hatten wir hatten was im kopf mama die kaputt ich habe meine leiter ich habe keine leiter scheiße oder ich nehme auto und überfahre hey nein verdammt die kaputt ich habe den ersten gleiche ich habe den ersten ich habe müssen er hat was gedroht er hat nur schuss gedroht da schießen wo sind die ich nicht ach verdammt die Strecke der Verkaufung aber halt dein Besser ob du bleibst das Wort mit der Strecke Köln Schöpfe hat sie geschaut Stoß war die sich damit Hier ist was zu trinken, wenn du überraschst? Na ja, widerlegt! Wirst du verachtest sein, um die Crystal auf den Zucker? Oh, du bist unverlaget! Ich habe mir echt keine Ahnung! Komm rein, ich habe irgendwas! Schreien hören! Komm schon, rein! Oh, hier gibt es das Metallic Rod! Oh Gott! Okay, wir müssen da lang! Riesensnack! Riesensnack bringt gar nichts! Oh, da ist einer! Warte, ich schieße auf der Fass! Bam! Fucking dick! Was war das denn? Fucking dick! Hallo! Ah, ich habe auf die Waffe... Die Waffe ist... Ich wollte gerade sagen, die Waffe ist endlos, aber... Magazine dafür, scheiße! Geh weg, ich bin der beste... Beste schwarze Mann hier! Da ist noch einer irgendwo! Ich rieche ihn! Da unten! Hatschop! So, äh... Pistole! Muss die Pistole? Ja, hier sind auch Level 17 hier in der Pistole, komm! Ja! Ich habe ja eine Masse! Eine Pistole auf 17! Da nehme ich die mit! Zu sich halten! Na, kann ich nicht ausrüst, äh! Warte, hier war eine Pistole auf 17, oder welches soll bist du? Ja! Ja! Ih, breitbeinig! Äh... Nicht mehr! Äh... 17, 17, 18, 18, 18, hier! Fallen lassen! Wo ist die? Doch, 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 doch! Warte! Ja, ich habe eine Knache! Wo hat er denn keine Beine mehr? Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe ihn abgehakt! Wo müssen wir denn hin? Runter? Nein! Ach, da sind noch mehr drin! Was ist jetzt geil? Wir Zombies plus, äh, Dinger und dann kämpfen die gegeneinander alle! Das wird geil! Ey, guck mal, die Waffe hängt durch die Wand! Bei mir! Ja, bei mir auch! Hallo! Aua! Der Schritt weg! Aua! Das muss jetzt alleine regeln! Die Hände also beschissen! Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir die Pumpstation anmachen oder so, dass sie ganz verrückt haben, bis gleich sind! Oh, meinst du so scherz, Dietrich? Wir haben den Balkan genommen! 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 Und wenn du dich für Hilfe hast, dann nicht den Balkan! Wir können ihn nicht! Wir können ihn nicht! Eben, mach ich der Barriere! Hä? Sorry! Bäm! interject! Wow! Willy! Oh, ge flip kommt! Wiß die Patrick? Und die nicht nach einer. Oh, da sind noch zwei. Oh, wie viele sind dann hier? Ah. Oh, ich komme nicht da. Oh, du bist nicht lebendig. Oh, du bist nicht lebendig. Was ist hier? Was ist hier? Oh, das ist hier. Nom, 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 nom. Ich habe den Rücken-Frei. Hallo. Wir gehen mit Frank um zu beginnen die Pumps. Aber in der Zwischenzeit, wir können noch mehr Hilfe benutzen. definiere deine hilfe das kommt hier nicht raus hat er halt ihn auf wir müssen das ist einfach und dann werden wir trotzdem das war partnummer 16 von der leider bis zum nächsten mal